Aber dass man auch keine Steinspitzhacke bauen kann, so wie bei Minecraft, ist ein bisschen werkwürdig, ne? Warte mal, hier ist auch noch Holz, nehmen wir auch noch mit. So. Wie cool die Hütte schon aussieht von Weitem. Boah, ich würde mir so gerne Auto-Craften, ne? Das ist unfassbar. Dann wäre das viel einfacher, hier einfach rumzufahren. So, warte mal, wie viele Blöcke brauche ich denn? Ich brauche noch ein paar, ne? Sag mal, ist das ein Haus oder eine Lagerhalle? Das ist eine Lagerhalle. Das ist definitiv eine Lagerhalle. Aber bist du schon auch schon da, oder was? Ne, sehe ich ja bei dir jetzt. Achso. Ne, das ist eine Lagerhalle, also äh... So, warte mal, ich muss hin da oben. Ja, genau. Soll ich denn eine Leiter fürs Dach bauen? Denkt mal schon, ne, oder? Ja. Warte mal, dann baue ich schon mal eine Leiter. Ähm. Warte mal, wo ich hier eine Holzleiter... Warte mal, dann machen wir mal drei Stück. So, drei. So. Oh, wir hatten denn eine Fackel gebaut? Wie gehen denn eine Fackel bauen? Wie geht das denn? Ich hab die da hingesetzt. Ist das deine Fackel, die du mit hattest? Das geht mit Tierfett. Ach, mit Tierfett. Das geht mit Tierfett. Das kannst du am, am, am Ofen kannst du das abkochen. Und dann hast du Teig. Und das kannst du dann mit, mit Pflanzenfasern. Ach so. Und Holz irgendwie kombinieren oder irgendwie so. Und dann hast du, dann kannst du eine Fackel bauen. Ach so, okay. Vor allem, ja, vor allem die Fackel da. Hab's recht drüber, ne, ja. Eine Decke zu bauen, ist auch gut. Okay. Holzrahmen. Haben wir Maximum hier, komm. So. So besser angezogen. Was? So besser angezogen? Weiß ich nicht, wo bist du? Ja, natürlich, auf jeden Fall. So, warte mal. Hier machen wir dann die Leiter hin. Damit wir oben aufs Dach können, falls mal Not am Mann ist. Ich bin zu schnell im Bauen. Ich muss ein bisschen warten, bis er die Klötze da fertig gebaut hat. Den kann ich mal mitnehmen. Na. Vielleicht musst du noch Handschuhe. Handschuhe anziehen. Ganz wichtig. Ja. Kann ich schon mal die Leiter bauen, während er die anderen... So, warte mal. Leiter kommt dann hier hin. Eins, zwei, drei... Ah, ne, einen brauche ich noch. Eine Leiter brauche ich noch. Wollen wir die Leiter? Leiter, Leiter. Scheiße, mir fehlt Holz für die Leiter. Nein! Fuck. Ich brauche noch ein Stück Leiter. So. Level up! Level up! Aber ich muss auch unbedingt meine Fähigkeitspunkte vergeben. Habe ich ja noch gar nicht gemacht. Na, ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Erstmal... Überbewertet. Genau, wieder überbewertet. Erstmal eine sichere Basis bauen ist immer das Wichtigste. Ist denn schon einer auf der Suche irgendwie nach, 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 ähm... Äh... Eisen oder so? Willst du jetzt wirklich der Nacht raus? Ne, der Nacht nicht. Aber ich meine, ob schon einer irgendwie war, der schon nach Eisen gesucht hat oder so. Oder irgendwie, irgendwie gefunden hat. Da ich ja immer noch keinen, äh... Schlafsack gecraftet habe. Okay. Da muss ich ja immer noch sieben Stunden lang schwimmen. Was finde ich denn die Leiter? Die Leiter ist auch bei, bei Grundlagen, glaube ich. So. Na. Du, 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 du bist aufgestiegen. Level up. So. So. Okay. Kann ich das denn auch anhalten, dann Holzrahmen hier? Ach, wenn man es einmal ausgewählt hat, das ja... Oder kann man es auch anhalten? Ach, kann man auch. Okay, das ist super. Ja, ich habe mal eine Truhe gemacht. Sehr schön. Ach, eine Truhe? Ach, wie cool. Äh, kann ich aber nicht verwenden. Nicht? Gesicherte Aufbewahrungstruhe verwenden, gesperrt. Kann ich nicht verwenden. Musst du, musst du Dreieck drücken. Habe ich schon, geht nicht. Steht bei mir gesperrt. Wie hast du die Truhe gebaut? Wie geht denn das? Naja, das, das ist, das ist deine allen, das ist wahrscheinlich die, die provate Truhe, oder? Ach, da, ich sehe es gerade. Persönische. Weil ich glaube mal, das Zeug, was du baust, das kannst du wahrscheinlich nicht verwenden. Also, oder andere halt, meine ich. Hä? Ah, jetzt, ah, jetzt geht's. Ah, okay. Ich kenne die Leiter nicht. Also, sonst würde ich ein Stück Leiter nämlich bauen. Ja. Ich klicke jetzt mal das rein, was ich nicht brauche. Trübes Wasser. Ja, gut, das kann ich mal lassen. Klebewand. Stein lasse ich mal. Sand brauche ich gerade nicht. Brauche ich auch gerade nicht. Auch nicht. Verband wäre ganz geil. Ah, nee, Metallleiter. Nee, Holzleiter ist, äh, habe ich genommen. Da brauche ich nur eine noch von. Blub, 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 blub. Warte, da ich gerade. Warte mal, dann werde ich mal eben. Oh, da braucht schon einmal eine Tür. Oh, wie schön. Ähm. Ich werde mal eben das Lagerfeuer hier bauen. Warte mal, fertigen. Eins, null. So, Lagerfeuer. Das, glaube ich, hier so mittig kann man das gut platzieren, ne? Kann man hier in der Mitte Lagerfeuer. Wer will denn da neben mir liegen? Kann mir mal jemand sagen, wer sein Rucksack da... Du willst neben mir liegen? Hallo, mein Freund. So. Vielleicht noch ein paar Fackeln bauen, wären vielleicht ganz geil. Mal ein bisschen Licht in der Budi haben. Weil nicht zu viel, da kommen die Zombies. Naja, stimmt. Aber man kann auch die Fackel, auch die normale Fackel, kann man die nicht irgendwie platzieren? Ach so. Ach, das geht auch. Cool. Seine eigene Fackel, die man so mit sich rumträgt, kann man auch platzieren. In der Wand. Ja. Also oben reicht, das Dach, denke ich mal, reicht, wenn wir es einmal machen. Also einmal nur verstärken. Würde ich jetzt mal behaupten, also... Weil obendrauf wird eh kaum ein Zombie kommen. Ja, und sonst so? Ganz schön viel Arbeit, ne? Ich habe kein Holz mehr. Müsst ihr machen. Die schwimmen noch. Hast du die Leiter schon dran gemacht? Ich habe kein Holz mehr. Ach so. Ja, warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich Holz kriege. Oh ja. So, warte mal. Leiter, ne? Holzleiter. Bauen. So. Wie hast du denn die Lampe? Was denn? Ach, durch den Helm, oh? Ja. Ja, er hat den... Genau. Ist der Helmmaker. So, warte mal. Ähm... Wo habe ich von durch Zufall gefunden. Das ist wichtig. Kann ich denn... Warte, wenn ich jetzt eigentlich den Kochtopf drauf setze, auf... Nein, da fällt mir runter. Hä? Hä, wo ist es jetzt hier? Geht das? Ne, jetzt hat er es weggeschmissen. Warte mal. Wie funktioniert denn das? Kann ich das... Output, Output... Ich bin mal kurz witzig. Gleich war der da. Jo. Nein, ich will es nicht essen. Egal. Ähm... Ist der Kochtopf für euch jetzt auch sichtbar eigentlich auf dem... Auf dem Lagerfeuer? Würde mich mal interessieren. Komm gleich. Ich will nur hier schnell von einem Geländer hinbauen, dass man hier nicht abstürzt. Ja, das wäre super. Hallo? Oh, uah. Aber ich... Ach ja, hier habe ich es. Ähm... Fackel, 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 Fackel... Talg... Stoffhetzen? Oder Kohlebrocken? Okay. Was können wir denn auch noch gut gebrauchen? Ich bin gerade aber überlegen. Wir können mal so eine Verstärkung bauen. Mal gucken, was es bringt. Ja, also der Kochtopf sieht man, dass er drauf ist, ja. Also könnt ihr den mitbenutzen dann. Okay, das ist super. Ja, ja, ja. Den kann man mitbenutzen. Ach, da kann man hier... Ach so, Verstärkung kann man auch so bauen. Ach, das ist ja praktisch. Ach so, okay. Christopher Columbus. Was? Wofür? Weil ich drauf bin. Ach so, okay. Ich glaube, 5 Kilometer geläst oder was. Okay. Hat der eine schon irgendwie was zu essen oder so? Ich schau gerade mal. Okay, draußen ist die Luft rein. Wo bleibt denn jetzt, äh, Willi? Ist der noch? Und Tua? Ach, was da ist noch ein bisschen... Ach, ich bin jetzt hier oben. Ah. Hier muss auch noch irgendwas hin. Aber, aber super, dass wir in der Nähe von der Stadt sind, weil dann können wir da immer ab und zu mal ein bisschen farmen gehen, wenn wir was brauchen. Also, dass wir uns die Hütte dann hier gebaut haben. Na, mach die Tür zu. Wer hängt denn da? Wer hängt denn da in der, in der Treppe? Ah, geht weg. Äh, was ist das denn? Ach so, das ist ne... Ach so, das ist ne... Ach so. Ach, da ist ne Klappe, die kann man auch bauen. Ach, guck mal an. So, machen wir die Tür zu. So. Klappe zu, Affe tot. Na, das ist das. Na. So. Aber es ist eine super Aussicht von hier oben schon mal. Müssen wir nur gucken, dass wir den nächsten dann, äh, mal... Ja, definitiv, äh, mal Eisen farmen. Ja. Mal gucken. Hallo? Wer, wer hebt denn da jetzt ein Loch aus? Was, was, was wird das? Warum hast du einen Sack in der Hand? Sollte ein Klo werden, aber... Warum hast du einen Sack, äh, Sack in der Hand? Sollte ich, sollte ich, sollte ich mir sorgen... Sollte ich mir sorgen... Äh, Erde. Geil wäre, geil wäre natürlich, wenn man das Lagerfeuer jetzt da reinlegen könnte. Also wäre cool. Vielleicht geht's ja. Ja, aber ich kann's nicht, ich kann's nicht abbauen. Ich kann's nicht, ich kann's nicht abbauen. Überhitzt hier. Wieder abreißen. Warte, tu erst mal den Kopfkorb über den Kochtopf, äh... Warte, 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 der Kochtopf, warte. Ja, ich hab mir schon rausgetan. Warte mal, und da hier, das, das, das Holz müssen wir auch noch raustun. Hast du schon? Sag mal, wenn du hast. Jetzt hab ich's, ja. Okay. Ach du Scheiße, ich muss durch die ganze Stadt laufen. Na toll, super. Ich glaub, ich glaub, ich muss, warte mal, Lagerfeuer, ja, ich muss neu erstellen, egal, aber ich kann's ja, Herr Scherbe, ein paar Steine. So, warte mal, ich versuch das mal da reinzusetzen. Nein, nicht so tief. Dann geht das bestimmt nicht. Nein. Doch, warte, nein, was macht den da? Hallo? Was macht den da? Ey, hallo, das soll kein... Ja, das reicht, glaub ich, jetzt erst mal, oder? Das ist doch... Das sollte doch schon ordentlich aussieht, aber doch nicht so. Ich kann's so, ich kann's mal so platzieren, aber sieht total hohl aus. Könnt ihr das mal wieder gerade machen? Ey, warum kann ich denn keine Erde mehr drauf platzieren? Mach das mal wieder gerade. Geht nicht. Wie geht nicht? Habt ihr keine Erde mehr? Ne, ich hab, ich hab, ich hab die ja ausgewählt, das ist in dem Sack drin, aber... Reinstellen vielleicht, in das Loch reinstellen und dann vielleicht? Toll, super. Weil so... Ja, wenn ich jetzt so platziere, die Lagerfeuer sieht das total hohl aus. Kann man das nicht irgendwie gerade machen? Versucht man mit L2 irgendwie das gerade ist, man geht das nicht? Ähm... Was machst du doch? Das ist ja wohl größer. Ich hab, ich hab mal versucht, so bei mir im privaten Spielstand, hab ich versucht, im Haus einen unterirdischen Tunnel zu bauen, um nach draußen zu kommen. Das ist so ein Fluchtweg. Okay, das mit dem Lagerfeuer, ich glaube, Lagerfeuer-Lied, das singen wir mal, glaube ich, hier, weil... Der Minenarbeiter, wenn du bist, der macht da schon irgendwie was. Ich leg das mal hier hin. Hä? Du sitzt da mit dir irgendwie so... Wieso kann ich das hin... Achso, man kann das mit R2 dann drehen, achso. Ich hab das jetzt hierhin gemacht. Wir können das Loch ja irgendwie als Falle nehmen oder so, oder als, keine Ahnung. Bestimmt, weil ich nichts zum Trinken hab, überhitze ich hier. Was macht ihr denn da? Darf ich gut stören? Was treibt ihr da? Wieso finde ich keine Schaufel mehr? Wieso hab ich denn... Ah, hier. Ich will mitgraben, warte mal. Oh, ich seh nicht. So. Oh, Mann, das ist noch Kilometer weit weg, das ist zu euch, ey. Nein! Lass mich hier raus, Hilfe, ihr Schweine! Hallo! Alter, wollt ihr mich verarschen? Hö, hö! Alter, lass mich hier raus! Ich krieg Platzangst hier unten! Hört auf damit! Alter! Okay, dann grabe ich mich einfach... Dann grabe ich mich einfach in die Richtung, ich werd schon irgendwo einen Ausgang finden, ist mir egal. Ey, ich seh nicht. Ist mir egal, ich werd irgendwo einen Ausgang finden und wenn ich mich da draußen grabe, ist mir egal! Survival! Was ist denn da raus? Ich baue mir jetzt einen unterirdischen Tunnel in mein System. Ein Tunnelsystem. Wieso verblute ich denn jetzt? Was? Hat jemand einen Messbecher zufällig? Vielleicht verhungert? Ich glaub's ja nicht. Vielleicht verhungert, weil du isst das? Das ist, wo ich in der Stadt angekommen bin. So! So! Ich muss wieder sieben Stunden schlafen! So! Hat jemand einen Messbecher von euch? Warum? Wofür? Um das Wasser abzukochen. Nee. Ich glaube... Hallo? Wieso? Meine... Meine Schaufel funktioniert nicht mehr. Ah, jetzt... Nein! Doof! Ah, das ist ja blöd ey, dass man die Löcher nicht mehr auffüllen kann. Weil ich dachte eigentlich, man kann die Löcher wieder auffüllen. Ich denke eigentlich schon, oder? So mit Sand reinkippen? Das geht nicht. Geht nicht? Ich probier's ja die ganze Zeit, aber das funktioniert nicht. Okay, ich kann keine Steine... Vielleicht ist das so bei diesen zufälligen Karten, dass man da nicht... Alter, was für'n Tunnel, die ich hier schon gebaut hab. Nein, lass mich da mal... Hilfe! Ich komm mir... Höh! Höh! Alter, das gibt's gar nicht. Was für'n Loch, das sieht aus, als ob da ein UFO gelandet wär. Super, wo war ich mir jetzt... Ach, brauch ich wieder zehn Jahre mit dem Tausende von Holz da. Naja, ich würd' sagen, wir kommen auch so langsamer, glaub ich, auch zum Ende, ne? Was das Let's Play angeht. Ja. Wie Willi Chaillon hier zu uns erscheint und wie wir weiter den Tunnel ausbauen oder noch vielleicht Nahrung finden oder Eisen seht ihr dann in einer weiteren Folge. Und... Ja, ich würd mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge einschaltet. Also, mach's gut! Tschüss!